Mein Freund und ich sind beide arbeitslos. Und wir haben ein kleines Kind zu Hause. Ja. Trotzdem sollte ich einen Personalausweis haben von Ihnen. Können Sie nicht einmal noch ein Auge zudrücken? Ich verspreche Ihnen, es ist das erste Mal passiert, ich habe es noch nie gemacht vorher. Und es wird sicher nie mehr passieren, es ist das letzte Mal gewesen. Hören Sie, wenn Sie sich nicht ausweisen können, dann... Wenn Sie sich nicht ausweisen können, dann muss ich Sie leise verzeigen. Ich bin doch toll diesen Tisch, weil er sich extra gewünscht. Okay, klar. Was hast du? Es geht doch nicht. Entschuldigen Sie bitte, Enzo ist erst heute ein wenig... Wie sagt man... Indisponiert? Sieh, indisponiert. Sehr indisponiert. Ein wenig Pippe? Gerne. Ja. Danke. Buon appetit. Grazie, Mario. Madonna, was ist denn los mit dem Enzo? Seit 20 Jahren! Da darf dir sowas nicht passieren! Und du planierst mich bis auf die Knochen! Ja, jeder macht doch mal einen Fehler! Ein Fehler geschenkt! Aber doch nicht ein nach dem anderen! Geht's dem Kind gut oder nicht? Es tut mir leid. Aber alles weist auf Trisomie 21 hin, Dorn-Syndrom. Es heißt... Wir kriegen ein behindertes Kind. Die Entscheidung, er liegt bei ihm. Eine Schwangerschaftsunterbrechung ist bei dieser Diagnose eine ganz übliche Sache. Szyndrom. Szyndrom. T fragt. Die Entscheidung... Gerovre ihm. Schlauze. Szyndrom. What about you? Untertitelung des ZDF, 2020